Wir starten ins letzte Thema. Das letzte Mal hatten wir so ein paar Diskussionen am Ende, die ich ganz gut fand, auch wo die Reise so energiepolitisch hingehen wird. Gestern hat die CDU ihr Wahlprogramm vorgestellt. Ja, und jeder, der so konkrete Zahlen mal gesucht hat, der ist da nicht fündig geworden. Also wie konkret das Ganze aussehen soll, der Ausbau der erneuerbaren Energien, wie konkret die Sache mit der CO2-Bepreisung aussehen soll, hat man da nichts zu gefunden. Ich bewerte das jetzt gar nicht politisch, aber naja, ein paar Zahlen wären schon ganz nett gewesen, wie so die konkreten Vorstellungen dazu aussehen könnten. Warum so ein Instrument wie CO2-Preis wichtig ist, da hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen. Und da will ich im Prinzip jetzt auch anknüpfen und da weitermachen, wo wir stehen geblieben waren. Wir hatten das letzte Mal gemeinsam die Endenergien berechnet für zum einen das Referenzgebäude, das ist jetzt hier die Nummer 1 nach Gebäudeenergiegesetz, sowohl für den Wärmeteil, das ist dann die Spalte hier. Na, durchstreichen wollte ich es jetzt nicht. Also die Endenergie haben wir berechnet und wir haben die Endenergie für die Hilfsenergie berechnet, die immer strombasiert ist, also Pumpen, Anlagensteuerung, Ventilatorenstrom und so weiter. Das steckt alles im Hilfsendenergiebedarf mit drin. Und das hatten Sie dann auch in drei Gruppen jeweils gemacht für die Varianten, die ich jetzt an meinem Beispielhaus untersuchen wollte. Das heißt einmal eine eher konservative, fossile Heiztechnik mit Gasbrennwert und solarer Trinkwassererwärmung und zu Abluftanlage, Luftwasserwärmepumpe, als die, ja, wenn man alle Gesetze sich mal so anschaut, die Zukunftstechnologie für die Wärmebereitstellung in Gebäuden. Und dann als dritte Variante, hier die Nummer 4, einen erneuerbaren Energieträger in Form von Biomasse, also ein Holzpelletkessel mit solarer Trinkwasserbereitung und Fensterlüftung. Und dafür hatten Sie jeweils auch wiederum die Endenergien berechnet. Da konnte man schon sehr große Unterschiede sehen. Diese sind typisch, also ich habe einen relativ hohen Endenergiebedarf bei Biomasse oder Holzkesseln. Ich habe einen sehr geringen Endenergiebedarf bei strombetriebenen Systemen oder bei Wärmepumpen besser gesagt. Und so zwischendrin liegt dann der Gasbrennwertkessel. Und im Vergleich obendrüber dann auch nochmal das Referenzgebäude, wo wir sehen, wie viel so eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auf der Endenergieseite ausmacht. Da hatten Sie dann oder wir gemeinsam auch mal so ganz grob die Kosten berechnet für oder Energiebereitstellungskosten und CO2-Emissionen, hatten wir auch mal abgeschätzt. Und jetzt bauen wir darauf auf. Da hatte ich gesagt, das können Sie ja gerne sich auch schon mal anschauen. Wir müssen ja letzten Endes für das Gebäudeenergiegesetz den Primärenergiebedarf berechnen. Das steht jetzt an und wenn wir da nochmal ganz ans Anfang, an den Anfang des Kapitels F gehen, was war nochmal der Primärenergiebedarf? Das ist das, was hier rot umkreist ist. Das heißt, wir sind bis jetzt vorgedrungen bis zum Endenergiebedarf und jetzt kommt nochmal eine Prozesskette davor. Also bis sozusagen der Strom bei Ihnen aus der Steckdose kommt oder bis die Holzpellets tatsächlich verbrannt werden können, bedarf es einer gewissen Prozesskette vorher von der eigentlichen Primärenergiequelle bis zu Ihrem Gebäude. Und dabei entstehen auch wiederum Energieverluste für Transport und Verarbeitung, Aufbereitung. Und das steckt alles, wenn wir jetzt diesen Schritt hier machen, vom Primär- oder vom Endenergiebedarf. Eigentlich müsste ich es andersrum machen, genau. Also der Aufwand steckt in einem Faktor mit drin und das sind die Primärenergiefaktoren FP. Das heißt, wir rechnen ja rückwärts. Insofern muss ich jetzt erstmal nichts anderes machen. Das gleiche Prinzip wie bei den Kosten und wie bei der CO2-Bilanz auch. Ich habe einen Faktor, mit dem ich jeweils den Energieträger oder den Endenergiebedarf des Energieträgers multipliziere. Wo kriege ich die her? Die kriege ich auch wieder aus dem Gebäudeenergiegesetz. Da finden wir dann hinten die entsprechenden Anlagen. Wir sehen hier Anlage 4. Da stehen dann die Primärenergiefaktoren. So, nehmen wir mal da hin. Wahrscheinlich eier ich jetzt ein paar Mal da drum rum. Da sind sie, die Primärenergiefaktoren. So eine ähnliche Tabelle gab es auch schon für CO2-Emissionen. Das heißt, die Tabelle brauche ich jetzt, um auf meinen Primärenergiebedarf zu kommen. Die Nummer 16, Siedlungsabfälle, ist das eine Müllverbrennungsanlage? Ja, genau. Klingt besser, ne? Siedlungsabfälle klingt besser als Müllverbrennungsanlage. Das nannte sich früher Wärme aus, ja, aus Müllverbrennung oder Müllverwertung, so nannte sich das früher. Das heißt, wir gehen jetzt auch wieder genauso vor wie bei den Kosten oder CO2-Emissionen und können jetzt zum Beispiel für die Primärenergie mal, für das Referenzgebäude die Primärenergie bestimmen. Das heißt, wir brauchen für die Technik, für den Energieträger des Referenzgebäudes, den Primärenergiefaktor und das Referenzgebäude, welchen Energieträger haben wir da? Auch das können wir mal nachschauen. Das hier sind jetzt nicht Wohngebäude. Hier ist das Wohngebäude, Referenzgebäude nochmal. Und wir hatten als Heizungsanlage einen Brennwertkessel, der mit Erdgas betrieben wurde. Das heißt, ich brauche jetzt für meinen Endenergiebedarf wärmeseitig den Primärenergiefaktor für Erdgas und der liegt, wie Sie hier sehen, bei 1,1. So, das ist der Primärenergiefaktor, den wir gleich brauchen und wir brauchen den Primärenergiefaktor für die Hilfsenergie. Die Hilfsenergie ist immer Strom, netzbezogen, Primärenergiefaktor 1,8. Jetzt muss ich nichts anderes machen, als meinen Endenergiebedarf multiplizieren mit dem Primärenergiefaktor. Das heißt, unser Endenergiebedarf wärmeseitig des Referenzgebäudes lag bei 55,8 und der Endenergiebedarf für die Hilfsenergie lag bei 2,8. Ich mache das mal was größer. Das Ganze mit den entsprechenden Primärenergiefaktoren erhalte ich dann meinen Primärenergiebedarf. Erstmal auf die Gebäudenutzfläche bezogen, das müssen wir gleich noch entsprechend korrigieren. Also 55,8 mal 1,1 plus 2,8 mal 1,8 sind dann 66,4 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das ist der Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes. Wenn ich das jetzt multipliziere, die 66,4 mit der Nutzfläche meines Gebäudes an 17.933 Kilowattstunden pro Jahr. Das ist jetzt der Gesamtprimärenergiebedarf des Referenzgebäudes. Nicht weiter schwierig die Berechnung jetzt. Das ist auch eine Größe, diese 17.933 Kilowattstunden, die haben keinen wirklich direkten realen Bezug. Bei der Endenergie konnte man sagen, okay, daraus kann ich jetzt CO2-Bilanzen erstellen, daraus kann ich jetzt Kosten berechnen. Mit dem Primärenergiebedarf, das ist eine fiktive Größe, die die Umweltauswirkungen des Primärenergieträgers mitbewerten soll. Es sind nicht direkt CO2-Bilanzen, die ich da erstelle, das wäre eigentlich die bessere Größe, sondern es ist eine fiktive Bewertungsgröße. Das gleiche mache ich jetzt auch für die weiteren Gebäude. Als Beispiel rechne ich jetzt einfach mal die, na, bin ich auf eine Tastatur gekommen, das Gebäude mit der, oder Gebäude Variante 2, also Gasbrennwertkessel. Da habe ich jetzt auch wieder den Primärenergiefaktor 1,1 und 1,8. Entsprechend auch für die Hilfsenergie, die kann ich überall schon eintragen, ist immer 1,8. Wir haben für die Wärmepumpe, die mit Strom betrieben wird, auch natürlich den Primärenergiefaktor 1,8. Die Wärmepumpe, also der Endenergiebedarf wärmeseitig, ist ja auch Strom erzeugt oder strombasiert. Und wir haben dann für Holzpellets, das können wir wieder nachgucken, biogene Brennstoffe, das ist die Zeile 8. Holz, einen Primärenergiefaktor von 0,2. Und jetzt rechne ich mit den Endenergien meiner tatsächlich geplanten Gebäude. Also wenn wir jetzt mal für die Variante 2 gehen, das mal berechnen, sind das die 31,8 mal 1,1 plus Hilfsenergie 6,3 mal 1,8. Bei der Wärmepumpe sind es entsprechend 23,6. Jetzt kann ich das zusammenfassen, plus Hilfsenergie 2,8. Das Ganze multipliziert mit 1,8. Und bei den Holzpellets die 80,2 mal 0,2 plus Hilfsenergie mal Strom. Das können wir jetzt ausrechnen. 31,8 mal 1,1 plus 6,3 mal 1,8. 46,3. falsche Zeile. 46,3 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Und direkt mal 270 sind dann 12.506 Kilowattstunden pro Jahr. Wärmepumpe, genau das gleiche Vorgehen. 23,6 plus 2,8 mal 1,8. 47,5. Und 12.830. Und die letzte Variante, unser Holzpelletkessel. 4,5 тысячelgas. 5,522ig, offiz sheilt somit 5,5206 filmmakers. Und die letzte Variante, unser Holzpelletkessel. 5,532 CG, offizilt tit業. Und die letzten Variante, unser是不是 fighters. Und die letzte Variante, unser Holzpelletkessel. Und diewordelsplin, unser Projekt ist wirklich super, wenn du in die F Fluetkessel. Diese Primärenergie. So, und jetzt sehen wir natürlich den gleichen Effekt, den wir auch schon bei den Energiekosten, bei den CO2-Emissionen gesehen haben, dass der Holzpellet Kessel primärenergetisch, naja, mit Abstand, mit weitem Abstand, der das beste System ist, wenn man auf die Primärenergie schaut. Die beiden anderen Systeme sind eigentlich vergleichbar primärenergetisch. Also sowohl die Luftwasser-Wärmepumpe mit Fensterlüftung als auch Gasbrennwert, Solarthermie, Lüftungsanlage gleichauf, könnte man sagen, 12.800, 12.500. Jetzt bei meinem Gebäude, bei meiner Konstellation. Und jetzt müssen wir nur noch den Nachweis führen nach Gebäudeenergiegesetz. Wie funktioniert der? Auch das ist letzten Endes im Gebäudeenergiegesetz dann genannt. Und wir gehen nochmal zurück ins Ablaufschema. Da steht das dann auch nochmal. Also wir haben berechnet Primärenergiefaktoren. Wir haben berechnet Primärenergiebedarf. Jetzt kommt der Nachweis. Und da sehen Sie, dass der vorhandene Primärenergiebedarf nicht größer sein darf, als der um 25% reduzierte Primärenergiebedarf meines Referenzgebäudes. Ich vergleiche mich also hier nicht direkt mit dem Referenzgebäude. Das haben wir gemacht bei der Gebäudehülle, wenn Sie sich erinnern. Sondern ich vergleiche mich mit den um 25% reduzierten Werten des Referenzgebäudes. Das ist der Vergleich. So, das machen wir mal. So, das muss ich mir die Werte auch noch merken. 17.933. Oder ich schreibe es da drunter mal. Na, ich mache es mal hier daneben. Das ist ein bisschen wenig Platz gewesen. Also Nachweis. Gebäude Energie Gesetz. Wir haben einen maximal zulässigen Primärenergiebedarf. Also QP Max. Das wäre der um 25% reduzierte Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes. Der lag bei 17.933. 13.450 Kilowattstunden pro Jahr. Das ist sozusagen der maximal zulässige Primärenergiebedarf, den ich jetzt nachweisen muss. Das machen wir jetzt auch gleich. Gleichzeitig möchte ich aber ja auch untersuchen, erfülle ich die Anforderungen an die Primärenergie in Sachen Förderung. Und auch da gibt es ja zwei verschiedene Stufen, die wir einhalten. Also für ein KfW-Effizienzhaus 55 ist dann der Primärenergiebedarf entsprechend zu vermindern oder verringern. Das heißt, da habe ich dann einen Wert. Und jetzt erkennen wir auch, warum da 55 steht. Mit dem ich, oder einen Abminderungsfaktor, mit dem ich den Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes multiplizieren muss. 9.863. Das wäre das 55er Haus. Und wenn ich jetzt, und das wäre ja die nächste Effizienzhausstufe, Effizienzhaus 40 sogar bauen wollte. Naja, nicht weiter kompliziert. Dann muss ich das Ganze mit dem Faktor 0,4 entsprechend abmindern. 7.173. So, das sind die drei, maximal die drei. Ja, also die drei Kenngrößen, mit denen ich mich jetzt vergleichen kann. Oder muss. So, einmal das Referenzgebäude, oder Referenzgebäude, beziehungsweise GEG. Dann haben wir das 55er Haus und das 40er Haus, jeweils mit den entsprechenden Maximalwerten. Und mit den Werten vergleiche ich mich jetzt. Das heißt, wir haben einen Primärenergiebedarf, den wir ablesen können, also für den ersten Fall. Also Gasbrennwert, Solarthermie, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, lag mein Wert bei 12.506 Kilowattstunden. Also Gebäude Nummer 2, 3 und 4. Dann habe ich meine Luftwasser-Wärmepumpe, die war ähnlich, die lag bei 12.830 Kilowattstunden pro Jahr. Und mein Holzpellet-Kessel 5.963. So, und jetzt kann ich die verschiedenen Nachweise führen. Gebäude-Energie-Gesetz, halte ich das ein oder nicht? Mein entsprechender Grenzwert sind 13.450. Natürlich halte ich bei allen drei, Entschuldigung, nicht so, sondern bei allen drei Gebäuden die Anforderungen des Gebäude-Energie-Gesetzes ein. Jetzt gucken wir auf ein Effizienzhaus 55. Da liegt der Grenzwert bei 9.863. Und dann sehen wir, das hält noch der Holzpellet-Kessel ein. Und selbst die 40er-Stufe mit zulässigen 7.100 Kilowattstunden hält dann mein Holzpellet-Kessel ein. Die anderen Varianten in Sachen Gebäudetechnik halten das nicht ein. Also in der Konstellation mit einer Wärmepumpe würde ich nur das Gebäude-Energie-Gesetz einhalten. Das ist der Nachweis des Primärenergiebedarfs. Nach Gebäude-Energie-Gesetz ist das jetzt noch nicht alles gewesen. Das gucken wir uns noch an. Aber das ist dann der erste wichtige Hauptnachweis nach Gebäude-Energie-Gesetz und der zweite wichtige Nachweis für ein Effizienzhaus. Jetzt bewerten wir mal das Ergebnis. Was muss ich tun, wenn der Nachweis funktioniert? Was muss ich tun, wenn der Nachweis nicht funktioniert? Also, wenn der Nachweis nach Gebäude-Energie-Gesetz nicht funktioniert, wenn ich also an der Stelle links abbiegen muss, dann kann ich nicht weitermachen. Dann ist der Nachweis nicht geführt. Ich kann also nicht feststellen, okay, ich halte den Nachweis nach GEG nicht ein, mache trotzdem weiter. Nee, das geht nicht. Also das Gebäude wäre nicht baugenehmigungsfähig. Was kann ich tun, um den Primärenergiebedarf abzusenken? Ich kann an zwei Stellschrauben drehen. Ich kann die Gebäudehülle verbessern. Dadurch sinkt mein Endenergiebedarf. Und logischerweise sinkt dadurch auch der Primärenergiebedarf. Oder ich optimiere die Anlagentechnik, indem ich entweder weitere Komponenten einbaue oder auf eine andere Wärmeerzeugungstechnik wechsle. Was könnte das sein? Wie könnte ich jetzt die Wärmepumpentechnik so verbessern, dass mein Primärenergiebedarf sinkt? Haben Sie da Ideen, wie ich das machen könnte, wenn ich jetzt bei einer Wärmepumpe bleiben will? Wie könnte ich die Anlagentechnik verbessern, dass der Primärenergiebedarf auch sinkt? Wir könnten auf Erdwärme umsteigen und gucken, was das bringt. Erdwärmepumpen haben eine bessere Anlagenaufwandszahl beziehungsweise einen Wärmebereitstellungsgrad oder auch Jahresarbeitszahl. Also ich habe eine bessere Effizienz. Das wäre eine Möglichkeit. Was könnte ich noch machen? Ich könnte weitere Komponenten hinzubauen. Das heißt, grundsätzlich könnte ich auch hier natürlich Solarthermie einbauen. Grundsätzlich könnte ich auch hier eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung vorsehen. Solarthermie und Wärmepumpe, die beißen sich. Das ist quasi eine Systemkonkurrenz, nennt sich das. Das heißt, eine Luftwasserwärmepumpe hat im Sommer, wenn ich nur Warmwasserbedarf habe, keine Probleme, Warmwasser auch bereitzustellen. Das heißt, wenn ich eine Solarthermie-Anlage baue, die auch im Sommer optimal arbeitet und eine Wärmepumpe habe, die auch im Sommer optimal arbeitet, dann konkurrieren diese Systeme. Das ist also nicht die optimale Kombination Wärmepumpe und Solarthermie-Anlage. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung könnte man tatsächlich auch noch untersuchen. Wir haben ja gesehen, dass das in puncto Endenergie auch relativ viel bringt. Also wenn Sie sich erinnern, wir hatten ja die Variante 2, Gasbrennwert, Lüftungsanlage und Solarthermie, hatten wir ja schon durchgerechnet. Da lag der Endenergiebedarf ja schon deutlich niedriger. So, das sind Möglichkeiten, die ich vorsehen kann. Mehr Möglichkeiten anlagentechnisch habe ich jetzt erstmal nicht. Was mir dann noch übrig bleibt, ist eine Photovoltaikanlage. Das heißt, ich könnte den Strom, Teile des Stroms, den ich brauche, selber produzieren, selber bereitstellen, weil das dürfte ich dann auch wiederum primärenergetisch abziehen von meinem Primärenergiebedarf. Wenn ich also eine Photovoltaikanlage mir aufs Dach setzen könnte und den Strom selber verbrauchen würde und dadurch zum Beispiel 4000 Kilowattstunden im Jahr nach der Berechnung einsparen würde, dann, 12.000 hatten wir, minus 4000, komme ich in eine Region, wo ich sogar vielleicht das Effizienzhaus 40 packe. Schauen wir uns nochmal die Anlagenvariante 1 oder besser 2 an, also Gasbrennwert, Solarthermie plus Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Eigentlich baue ich ja da das Referenzgebäude nach und ich habe eine bessere Lüftungsanlage. Ich habe bessere Bauteile und trotzdem schaffe ich den Nachweis für ein Effizienzhaus 55 nicht. Was könnte ich da machen? Die gleichen Schritte. Solarthermieanlage habe ich bislang. Wenn wir da nochmal auf die Technik gehen. Ja, die Variante 2, Zeile 2 hier, Gasbrennwert, solare Trinkwassererwärmung. Ich könnte eine größere Solarthermieanlage bauen, die auch meine Heizungswärme mit versorgt. Das wäre da ein Schritt, wie ich die Anlagentechnik noch optimieren könnte. Eine Zuabluftanlage mit Wärmerückgewinnung hatten wir schon. Das heißt, man guckt immer, wenn es nicht passt, wie kann ich das System der Wärmebereitstellung optimieren? Wie kann ich das System der Lüftungswärmeverluste optimieren? Das sind Möglichkeiten, die man da hat. Plus, immer habe ich die Möglichkeit, Photovoltaik vorzusehen, um Strombedarf zu reduzieren. Die Möglichkeit bleibt mir auch. Und als letzte Möglichkeit, natürlich, ich könnte eine andere Anlagentechnik generell verwenden. Ich könnte also sagen, ich verzichte auf Gas, ich steige dann um auf Holzpellet zum Beispiel. Was aber ja eine Grundsatzentscheidung ist. Also das sind Möglichkeiten, wie ich dann den Primärenergiebedarf reduzieren kann, ohne dass ich die Gebäudehülle anpacke. Diese Optimierungsprozesse, die kann man natürlich auch händisch machen. Das würde ich gerne gleich mit Ihnen in Arbeitsgruppen mal machen, dass Sie einfach mal schauen für die Variante 3 und 2. Würde eine andere Anlagentechnik dann da zu einem Effizienzhaus 55 führen, könnte ich also so weit runterkommen, dass ich ohne Photovoltaik ins Ziel komme. Beziehungsweise wir könnten auch untersuchen, was eine Photovoltaikanlage bringt. Darüber hinaus kann ich natürlich auch zusätzlich oder ausschließlich vielleicht die Gebäudehülle optimieren. Da schauen wir mal in die Energiebilanz in Kapitel E nochmal rein, wo denn da unsere Gebäudehülle lag. Und da haben wir ja auch schon gesehen, für mein Beispielgebäude hat die Gebäudehülle ja sowieso nicht funktioniert. Ja, also ich hatte ja sowieso schon ein Problem mit der Gebäudehülle in Sachen Effizienzhaus. Also ich hätte ja auch schon in Kapitel E schon abbiegen müssen und die Gebäudehülle verbessern müssen. Wir sehen da unter Punkt 2.3a HT vorhanden 0,275, HT-Referenzgebäude, das war die gesetzliche Vergleichsgröße 0,369, das hat gepasst. Aber dann Effizienzhaus, 55 jetzt hier mal durchgerechnet, der Grenzwert lag bei 0,258 und ich lag bei 0,275. Das heißt, ich hätte die Gebäudehülle sowieso schon etwas geringfügig optimieren müssen. Dadurch sinkt der Endenergiebedarf, dadurch komme ich primärenergetisch etwas besser weg, hätte da aber beim Primärenergiebedarf unterm Strich noch nicht ausgereicht. Deswegen macht es Sinn, erst die Gebäudehülle passend zu ziehen und dann in den Primärenergiebedarf einzusteigen, damit man da nicht nochmal eine extra Runde fährt. So, das war der erste Nachweis. Wie gesagt, wir kümmern uns gleich darum, wie wir das Richtung Effizienzhaus 55 vielleicht noch optimieren können. Dann müssen wir noch einen weiteren Nachweis führen. Das ist der Nachweis der erneuerbaren Energien. Auch das finden Sie im Gebäudeenergiegesetz. Das ist der große Vorteil gegenüber der Energieeinsparverordnung von früher. Da musste man nämlich jetzt in ein anderes Gesetz gucken. Und wir finden jetzt in Abschnitt 4 die Vorgaben zur Nutzung von erneuerbaren Energien zu Wärme- und Kälteerzeugung bei einem zu errichtenden Gebäude. Das heißt, ab Paragraph 4 geht es letzten Endes los. Äh, Paragraph 34. So, schauen wir da mal rein. Paragraph 34, hier unten geht es los. Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs. Und da gibt es jetzt grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Oder was betrachtet das Gebäudeenergiegesetz als erneuerbare Energien? Da muss ich wieder in Kapitel F gehen. Werfen wir da mal einen Blick rein. Das Gebäudeenergiegesetz kennt folgende erneuerbare Energien. Die sehen Sie jetzt auch in der PDF dazu. Also in Paragraph 35 ist beschrieben, wie die Nutzung solarer Anlage, solarthermischer Anlagen zur Deckung, ja, zur ausreichenden Deckung beiträgt. Das heißt, man findet jetzt immer zu einer gewissen, zu einer gewissen Primärenergie, erneuerbaren Primärenergie, einen gewissen sogenannten Deckungsanteil. Und bei der solaren, Nutzung solarer, solarthermischer Energie, muss ich mindestens 15 Prozent meines Wärme- und Kältebedarfs durch solarthermische Nutzung decken. So, wie kann das jetzt, müsste ich mir jetzt ausrechnen. Ja, also wie viel erzeugt meine solarthermie Anlage? Deswegen wird das Ganze etwas vereinfacht. Das sehen Sie in Absatz 2. Ja, da steht dann die Anforderung, also diese 15 Prozent Deckung, die gilt als erfüllt, wenn bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohnungen solarthermische Anlagen vorhanden sind, mit einer Fläche von mindestens 0,04 Quadratmetern, solarthermische Panelfläche, je Quadratmeter Nutzfläche des Gebäudes. Also das beschreibt jetzt, oder der Deckungsanteil von 15 Prozent gilt als erfüllt, wenn ich eine solarthermische Anlage errichte, die hinreichend groß ist, könnte man sagen. Und bei Wohngebäuden, die größer sind, muss ich dann entsprechend 0,03 oder 3 Prozent entsprechend errichten. Das heißt, wir finden hier im Arbeitsheft dann auch den entsprechenden Vergleich oder Bezugswert, Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, 0,04 Quadratmeter je Quadratmeter Nutzfläche. Nächste Möglichkeit, Biomasse. Das ist jetzt in einer anderen Reihenfolge hier, aber Biomasse haben wir hier auch. Feste Biomasse, flüssige Biomasse, gasförmige Biomasse. Auch da gibt es dann wiederum, wenn wir jetzt auf Holzpellets gucken, den geforderten Deckungsanteil von mindestens 50 Prozent. Finden Sie hier dann entsprechend auch 50 Prozent Deckungsanteil für Biomasse. Dann haben wir noch die Umweltwärme, Umweltwärme, so Kraft-Wärme-Kopplung. Wo sind wir hier? Abwärme ist was anderes. Da, Entschuldigung, habe es oben übersehen. Also Nutzung von Geothermie oder Umweltwärme, das wäre unsere Luftwasser-Wärmepumpe. Die Umweltwärme ist dann die Wärme in der Außenluft. Auch da gibt es wieder diesen Deckungsanteil von 50 Prozent, die Sie hier sehen. Dann gibt es sogenannte Ersatzmaßnahmen. Das heißt, ich kann statt der Nutzung von erneuerbaren Energien gewisse Maßnahmen ergreifen, die als Ersatz dafür dienen. Deswegen heißt das Ding auch Ersatzmaßnahmen. Eine Möglichkeit ist die Nutzung von Abwärme. Auch da haben wir wieder die 50 Prozent Deckungsanteil. Abwärmenutzung wäre unsere Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die nutzt ja die Energie, die wir abgeben. Die Wärme, die in der Luft steckt im Gebäude. Das ist die Abwärmenutzung. Kraft-Wärme-Kopplung wären zum Beispiel Blockheizkraftwerke. Das ist im Einfamilienhausbereich jetzt nicht so weit verbreitet. Auch da gibt es wieder diesen Deckungsanteil von 50 Prozent. Und dann haben wir noch die Unterschreitung Maßnahmen zur Einsparung von Energie. Dass ich also die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes. Und jetzt müssen wir noch mal ins Detail gucken hier. Also dass bei einem Wohngebäude die Anforderungen nach Paragraf 16 um mindestens 15 Prozent unterschritten werden. Paragraf 16, gehen wir gerade mal rein. Was waren denn die Anforderungen nach Paragraf 16? Das ist der bauliche Wärmeschutz. Also das Ganze bezieht sich nicht auf die Primärenergie, sondern das bezieht sich auf die Unterschreitung der Transmissionsverluste. Deswegen, das ergänze ich noch mal. Also bezieht sich auf HT' das Ganze. Die 15 Prozent. So, gehen wir wieder zurück. Und als weitere Ersatzmaßnahme Nutzung von Fernwärme, Fernkälte. Auch da gibt es einen gewissen Mindestdeckungsanteil. Und auch beschrieben, was muss das denn für eine Fernwärme sein? Denn, das kann, also Sie können jetzt kein Heizkraftwerk, was gasbetrieben ist, irgendwo hinstellen, die Wärme transportieren und sagen, das ist Fernwärme. Das ist zwar Fernwärme, aber keine gute Fernwärme. Gute Fernwärme in Anführungsstrichen wäre zum Beispiel aus einer Müllverbrennungsanlage. Die erzeugt Wärme, speist das Ding ein, die Wärme ein in ein Fernwärmenetz. Und wenn Sie diese Wärme beziehen, dann gilt das auch als erneuerbare Energie oder als Ersatzmaßnahme. Das wäre Fernwärme. Das heißt, wir haben im Gebäudeenergiegesetz jetzt verschiedene geforderte Mindestdeckungsanteile. Und das Ganze bezieht sich, ja, auf was bezieht sich das Ganze? Das bezieht sich nicht auf meinen Primärenergiebedarf, sondern auf den sogenannten Wärmeenergiebedarf meines Gebäudes. Darauf bezieht sich das. Also die 50% beziehen sich nicht auf die Endenergie, die beziehen sich auch nicht auf die Primärenergie, sondern auf eine neue, eine andere Definition. Da haben Sie es wieder ein bisschen zu kompliziert gemacht aus meiner Sicht, aber so ist es nun mal. Wir sehen hier in den beiden Abbildungen nochmal so eine Gegenüberstellung und einen Vergleich, dass es eben nicht dasselbe ist. Endenergie, das hatten wir uns schon angeschaut. Das ist das quasi außen an Ihrem Gebäude. Der Stromzähler, die Menge Holzpellets, die Sie tanken, der Gaszähler. Das ist die Endenergie. Die Energie, die Sie tatsächlich verbrauchen. Dann habe ich sozusagen, wenn wir uns das anschauen, das hier ist quasi die Abbildung hier. Wir haben, hier kommt jeweils die Energie rein. Also da wandert die Energie rein. Und ich habe als erstes Element erstmal eine Wärmeerzeugungsmaschinerie. Das kann sein der Gasbrennwertkessel. Bei der Erzeugung entstehen Verluste. Und dann wird Wärme abgegeben und vielleicht gespeichert und weiter verteilt und fließt dann durch Ihren Heizkörper. Also das System, was Sie in der rechten Abbildung sehen. Und die Erzeugerverluste, die muss ich jetzt nicht berücksichtigen bei der Deckung in Sachen erneuerbare Energien. Das heißt, der Wärmeenergiebedarf ist der Endenergiebedarf minus die Verluste, die durch die Erzeugung entstehen. Das Problem an der Geschichte ist, wenn ich das von Hand rechne, die Kenngröße habe ich nicht. Ich kann die Endenergie berechnen, aber ich kann nicht die Wärmeenergie direkt händisch berechnen. Das heißt, wenn ich eine Handrechnung durchführe, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Wenn Sie mit der Software arbeiten, die macht das automatisch richtig. Die berechnet dann den Wärmeenergiebedarf über ein detailliertes Verfahren, das wir von Hand nicht rechnen. Wie gehe ich also jetzt damit um, wenn ich von Hand rechne? Dazu eine Überlegung. Mal angenommen, hier gehen 100% Energie ins Gebäude rein. Dann entstehen Verluste. Zum Beispiel von 10%. Kann ja sein. Das heißt, 90% gehen weiter in die Speicherung und so weiter. Das heißt, meine Wärme, meine Kenngröße, mit der ich mich vergleichen muss, sind die 90%. Jetzt mal als Gedankenmodell. Und zum Beispiel 50% von diesen 90% muss ich dann zum Beispiel durch Umweltwärme decken. Das wären also 45%, wenn ich es aufs Gesamte betrachte. Wenn ich jetzt also hingehe und sage, ich mache mal für die Handrechnung, beziehe ich mich jetzt nicht auf die richtige Kenngröße, sondern ich beziehe mich mal auf die 100% Endenergie und sage, ich muss 50% davon decken, dann liegt die Betrachtungsweise immer auf der sicheren Seite. Immer. Ja, geht gar nicht anders. Das heißt, für eine Handrechnung beziehe ich mich auf der sicheren Seite liegend auf die Endenergie meines Gebäudes. Und nicht auf die Wärmeenergie. Ja, dann mache ich eine Berechnung, die etwas ungünstiger ist, aber auf der sicheren Seite liegt. Das heißt, von Hand können wir das jetzt gleich rechnen. Das machen wir auch zusammen. Und machen einen Fehler. Und der Fehler wirkt sich aber zu unseren Ungunsten aus. Das heißt, liegt auf der sicheren Seite. Und dann kann ich das ja auch tun, um mal abzuschätzen, funktioniert der Nachweis oder nicht. Das machen wir mal. Das heißt, wir beziehen das Ganze jetzt einfach mal auf die Endenergie. Und schauen uns mal jetzt für die Gebäudeverianten an, wie hoch der tatsächlich vorhandene Deckungsanteil ist. So, welche Größen muss ich jetzt berechnen? Wir haben unsere Variante, hier die Spalte 3.2 sozusagen. Die will ich jetzt betrachten. Das heißt, ich muss jetzt ausrechnen, einen vorhandenen Deckungsanteil. Meine Gebäudetechnik, Bahngas-Brennwertkessel, Solarthermieanlage und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Was nutze ich also? Ich nutze solare Strahlungsenergie, Biomasse nicht, Umweltwärme nutze ich auch nicht, aber ich nutze die Abwärme, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und ich kann mir immer auch anschauen, die Unterschreitung, das gilt jetzt für alle Varianten, die Unterschreitung der Gebäudehülle-Anforderung durch mein Gebäude. Das heißt, die gelben Zellen muss ich gleich mal ausfüllen. Variante 2, die ich hatte, also hier die Spalte 3.3, war eine Luftwasser-Wärmepumpe. Ich habe also Umweltwärme genutzt, ich hatte Fensterlüftung, also keine Abwärmenutzung und wiederum eine Unterschreitung der Anforderungen an die Gebäudehülle. Nächste Variante, Spalte 3.4, war dann die Holzpelletanlage, ich nutze also feste Biomasse. Ich habe eine Solarthermieanlage und wir hatten Fensterlüftung, soweit ich weiß und haben auch die Höhlanforderungen noch zu bewerten. So, das sind also die Kombinationen, die ich jetzt bilden kann. Ich kann also alle drei Deckungsanteile oder manchmal sind es auch nur zwei entsprechend berechnen. Das Referenzgebäude brauche ich jetzt nicht mehr dafür. Und jetzt gucken wir uns das mal an für die Anlagenvariante 2. Anlagenvariante 2, das war also mein Gasbrennwert, Solarthermie und zu Abluft mit Wärmerückgewinnung. Da haben wir als ersten Punkt die solare Strahlungsenergie und jetzt kann ich zwei Wege gehen. Ich kann entweder fragen, wie groß muss denn diese Solarthermieanlage sein? Dazu würde ich jetzt nochmal in die entsprechende DIN mal reinschauen, ob da, ob ich da vielleicht Kennwerte abgreifen kann. Anlagennummer war glaube ich die 31 oder sowas. Ne, 39. Das heißt meine Anlagennummer war die 39. Gucken wir mal, vielleicht steht da ja was. So, 39. 39. So, da ist sie. Werfen wir da mal einen Blick rein. So, Trinkwasserbereitung, Gebäude zentral mit Zirkulation, mit Solarspeicher, Aufstellung innerhalb der thermischen Hülle, Brennwertkessel verbessert, betrieben mit solarer Trinkwassererwärmung. Steht jetzt erstmal nichts von irgendeiner bestimmten Größe meiner solarthermischen Anlage. Das heißt, da kriege ich jetzt keinen Wert her. Gucken wir mal ins Referenzgebäude. Vielleicht finden wir da ja was. Hier ist das Referenzgebäude für Wohngebäude. Warmwasserbereitung. So, bei Berechnung, so, hier haben wir das. Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschließlichen Trinkwassererwärmung, entsprechenden Vorgaben und so weiter. Mit Speicher indirekt beheizt. Steht auch keine Anlagengröße. So, das heißt, eine Vorgabe aus der Technikbilanzierung habe ich nicht. Eine Vorgabe aus dem Referenzgebäude oder einen Vergleichswert habe ich auch nicht. Also, wie gehe ich jetzt damit um? Entweder, ich suche mir jetzt ein System aus, aus dem Internet, google nach, solarthermische Trinkwassererwärmung, wie groß ist das Ding so, zwei, drei Felder groß. Oder, ich gehe den umgekehrten Weg und sage, wie groß müsste denn diese Anlage sein, damit ich schon das Gebäudeenergiegesetz erfülle. Ja, das kann ich auch machen. Ich kann sagen, wenn das jetzt die einzige Variante oder einzige Nutzung erneuerbarer Energien wäre, dann könnte ich jetzt hier schon die erforderliche Größe direkt ausrechnen. Aber wir treffen einfach mal eine Annahme. Im wahren Leben würde man natürlich dann den Installateur fragen, wie groß die Solarthermiefläche sein soll. Oder den Planer der technischen Gebäudeausstattung würde man entsprechend auch fragen. Wir unterstellen jetzt einfach mal, dass das ganze Ding 6 Quadratmeter groß ist. Das wäre die vorhandene Solarthermiefläche. Jetzt muss ich das beziehen und ausrechnen die Solarthermiefläche, die ich haben müsste. Das wären ja dann die 15%, die 0,04 Quadratmeter je Quadratmeter mal An. Das wäre meine Nutzfläche. Also 0,04 mal 270 10,8 Wenn ich also die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes an erneuerbare Energien vollständig schon über die Solarthermianlage abdecken wollte, bräuchte ich eine Anlagengröße von 10,8 Quadratmetern. Habe ich aber nicht. Ja, warum auch immer. Das heißt, ich kann jetzt hier den Deckungsanteil berechnen, indem ich die vorhandene Fläche, 6 Quadratmeter durch die erforderliche dividiere. 0,periode 5 0,56 Das Ganze ist dimensionslos. Das heißt, die Anforderungen Ich fasse das hier nochmal zusammen. Ich habe eine Fläche von 6,0 Quadratmetern und habe dadurch dann einen Ausnutzungsgrad, den wir gerade berechnet haben. Vorhandener Deckungsanteil dividiert durch den Mindestdeckungsanteil und habe dann hier 0,55 Entschuldigung 0,56 Aufgerundet wäre quasi schon mal Ich habe das Gesetz schon zu 56% erfüllt. Könnte man auch sagen. Ich bin also nicht im Ziel. Wir können aber aufaddieren. Wir können das sozusagen passend zusammenstellen. Ich gehe mal mit der gleichen Fläche auch dann in die Variante mit den Holzpellets rein. Kann also da dann auch schon das entsprechende hinschreiben. So, jetzt bleibe ich in der Spalte 2. Die nächste Nutzung in Sachen erneuerbare Energien war die Nutzung von Abwärme. Und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen nachdenken. Es geht um die Endenergie. Also bräuchte ich jetzt die Frage oder die Frage die ich beantworten muss ist wie viel Prozent meiner Endenergie decke ich durch die Nutzung von Abwärme. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurück gehen und uns anschauen welche Varianten haben wir denn jetzt hier gerechnet. Also es geht um diese Variante 2. Wir haben also Gasbrennwert solare Trinkwasserbereitung und eine Zu-Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung. Den Endenergiebedarf kenne ich. Das sind die 31,8 und die 6,3. Die kenne ich. Entschuldigung. So, jetzt müsste ich kennen den Endenergiebedarf für ein Gebäude. Gleiches Gebäude was ich da habe aber nicht also quasi Gasbrennwertkessel solare Trinkwasserbereitung aber Fensterlüftung. Das müsste ich jetzt haben. Das heißt ich muss jetzt ein weiteres Gebäude mir raussuchen was auch eine Gasbrennwertanlage hat auch eine solare Trinkwassererwärmung aber halt Fensterlüftung. keine Abluftanlage dann könnte ich ja das Referenzgebäude nehmen sondern nur Fensterlüftung. Ich muss also jetzt wieder in mein Inhaltsverzeichnis gehen. Ich schreibe das mal gerade hin. So, wir haben hier Abwärmenutzung Ich habe also die Endenergie indem ich Abwärme nutze durch die Wärmerückgewinnung die habe ich Ich mache mir die mal hier auf einen zweiten Bildschirm dann muss ich nicht immer hin und her springen. Das heißt das sind meine 31,8 plus die 6,3 Hilfsenergie das ist quasi das was mein vorhandenes Gebäude an Endenergie insgesamt ausweist. Ich muss das jetzt nicht mehr trennen nach Energieträger sondern ich nehme die Summe 31,8 6,3 38,1 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr und jetzt muss ich kennen meinen Endenergiebedarf des vorhandenen Gebäudes ohne Wärmerückgewinnung das heißt ich muss die Technik raussuchen für Gasbrennwert plus Solarthermie plus Fensterlüftung so das muss ich raussuchen jetzt mache ich an der Stelle einen Fehler eventuellen Fehler und zwar die Lüftungswärmeverluste da muss ich jetzt nochmal einen Blick drauf werfen ändern die sich vielleicht bei uns ändern sie sich jetzt nicht weil die wenn sie sich erinnern diese Luftwechselzahl n die wir berechnet haben die lag beim Referenzgebäude oder ich spring da mal rein ich zeige Ihnen das gerade nochmal die Lüftungswärmeverluste da ist es ja ich brauchte zur Berechnung der Lüftungswärmeverluste diese Luft warum sehen Sie das nicht ach doch Sie sehen es brauchen wir die Luftwechselzahl n der Rest bleibt gleich Luftvolumen bleibt gleich Rohdichte bleibt gleich das heißt ich brauchte die Luftwechselzahl n und bei einer freien Lüftung unterscheide ich nur mit und ohne Blower Door Test Blower Door Test führe ich durch das heißt mein fiktives Vergleichsgebäude hat eine Luftwechselzahl von 0,6 wie hoch war die Luftwechselzahl mit Wärmerückgewinnung war die auch bei 0,6 ja die lag auch bei 0,6 wenn Sie sich erinnern haben wir durchgerechnet finden Sie auch im Kapitel e das heißt meine Lüftungswärmeverluste verändern sich jetzt nicht mehr wenn ich jetzt aber eine reine Abluftanlage gehabt hätte hätte ich auch wiederum keine Wärmerückgewinnung keine Nutzung von Abwärme gehabt das heißt die Luftwechselzahl n bleibt immer gleich ja sobald ich eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung habe muss ich mir da keine Gedanken machen das heißt mein Nutzenergiebedarf verändert sich dadurch erstmal nicht ich muss jetzt also dieses Gebäude suchen Gasbrennwert Solarthermie Fensterlüftung ja dann machen wir das doch gehen wir mal in die 4701 nochmal rein ins Inhaltsverzeichnis sind wir ja schon relativ erfahren wir haben also Gasbrennwerttechnik haben also diese Anlagennummern hier 16 bis 48 Wärmeerzeugung zentral 16 bis 42 Solaranlage ja habe ich 16 bis 42 31 bis 40 Lüftungsanlage nein habe ich nicht 31 bis 40 also 31 bis 34 Heizkörper muss ich dieselben nehmen da hatten wir die normalen Heizkörper verwendet 31 bis 34 und wir sehen 31 bis 32 bleibt übrig übrig das heißt es bleibt schon fast also es bleibt die gleiche Anlagentechnik übrig wie im Referenzgebäude 31 32 nur ich darf jetzt nicht direkt die Werte des Referenzgebäudes nehmen weil das Referenzgebäude ja andere Gebäudehülle hat also eine andere Nutzenergie hatte so ich kann also jetzt hier reingehen das ist die Anlage 32 ohne Zirkulation und wir hatten glaube ich aus Komfortgründen mit Zirkulation genommen das ist die Anlage 31 die suchen wir jetzt mal raus und da haben wir dann auch wiederum die Endenergien hier für Wärme und Hilfsenergie die picke ich mir mal und kopiere die mal rüber und die Hilfsenergie noch so da sind die Anlagen Varianten die die ich brauche jetzt geht es wieder relativ schnell wir haben eine Fläche von 270 wir haben gesagt wir nehmen aber mal den Wert für 300 der passt dann auch immer liegt auf der sicheren Seite nicht hier unten bei der Hilfsenergie muss ich dann eher den Wert hier nehmen und jetzt schauen wir mal welchen Heizenergie Bedarf hatten wir denn Nutzenergie seitig da muss ich jetzt wieder in mein geplantes Gebäude reingehen Nutzenergie Bedarf lag bei meinem geplanten Gebäude Heizwärme Bedarf lag bei 41,1 nehme ich jetzt mal den Wert für 40 und sage okay mein Endenergie Bedarf liegt also QE vorhandenes Gebäude ohne Wärmerückgewinnung liegt also bei 48,7 plus 2,8 ja alles so Handrechnung bisschen grob aber dafür geht es etwas schneller addiere ich jetzt das ganze 48,7 plus 2,8 51,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr das ist also jetzt die Endenergie mit der ich mich vergleichen kann das heißt das gleiche Gebäude spare ich Endenergie relativ viel ein jetzt rechnen wir aus wie hoch ist der vorhandene Deckungsanteil D vorhanden so D vorhanden indem ich den vorhandenen Endenergie bedarf also QE vorhanden mit Wärmerückgewinnung beziehe auf den Endenergiebedarf vorhanden ohne Wärmerückgewinnung das heißt die 38,1 dividiert durch die 51,5 0,74 ist mein vorhandener Deckungsanteil und aus dem kann ich jetzt sozusagen einen Ausnutzungsgrad berechnen indem ich wiederum den vorhandenen Deckungsanteil dividiere durch den mindesterforderlichen und der lag bei 50% also 0,5 weil ich sehe schon ich habe eine Übererfüllung 1, 1,48 das heißt ich habe schon mehr Nutzung als ich eigentlich bräuchte so wir haben hier Nutzung von Abwärme vorhandener Deckungsanteil waren 74% das heißt 1,48 kommt hier hinten raus so ich könnte jetzt eigentlich schon aufhören alles was größer 1 ist heißt der Nachweis ist erfüllt wir machen trotzdem noch weiter damit Sie einmal komplett sehen wie sowas funktioniert der nächste Punkt wäre dann die Unterschreitung der Anforderungen an die Gebäudehülle also Einsparung von Energie Wie groß ist die Unterschreitung ich brauche also den vorhandenen Transmissionsverlust und ich brauche den Transmissionsverlust meines Referenzgebäudes da gucke ich jetzt auch mal rein also suchen wir mal ein bisschen HT vorhanden waren 0,275 Watt pro Quadratmeter Kelvin und das Referenzgebäude 0,369 auch Watt pro Quadratmeter Kelvin das heißt jetzt muss ich berechnen einen wiederum vorhandenen Deckungsanteil ja also wie viel Unterschreitung ne Moment so wie groß ist die vorhandene Unterschreitung die ich habe wie berechne ich das Ganze naja indem ich den h-t Referenzwert multipliziert mit der unbekannten rechne und das ist dann mein vorhandener mein HT vorhanden kann ich natürlich nach x umstellen ja kein Thema h-t vorhanden durch h-t Referenz und ich habe eine Unterschreitung von 0,275 dividiert durch 0,36 über 0,74 ja das heißt um 74% oder die Unterschreitung jetzt habe ich es ein bisschen kompliziert gemacht also hier ist ht Strich Referenz vorhanden vorhanden ja das heißt das hier sind jetzt meine 0,74 oder 74% ja das heißt das ist quasi jetzt eine Ausnutzung die ich berechnet habe und wenn ich jetzt die Unterschreitung wissen will dann ist das quasi was nach oben hin fehlt die Unterschreitung 1 minus 0,74 ist also 0,26 oder 26% also ich unterschreite die Anforderungen des Gebäude Energie Gesetzes um 26% das heißt der Deckungsanteil der vorhanden ist sind die 26% und daraus könnte ich jetzt auch wieder diese Ausnutzung berechnen vorhandene Unterschreitung dividiert durch die erforderliche und die erforderliche nach Gebäude Energie Gesetz sind die 15% also 26 durch 15 habe ich auch wieder eine Übererfüllung 1,73 die ich da quasi schon über erfülle also schreiben wir das auch noch hin ich habe 26% das gilt natürlich jetzt überall weil meine Gebäude Hülle dieselbe ist und ich habe dann 1,73 und jetzt kann ich das summieren jetzt kann ich die Anforderung oder die Ausnutzungsgrade die Nutzgrade Nutzungsgrade an erneuerbare Energie kann ich jetzt aufaddieren ich kann also jetzt sagen die 0,56 plus die 1,48 plus die 1,73 3,77 oder 3,8 gerundet und das ganze hier ist natürlich jetzt weit über 1 also ich habe eine große Übererfüllung der Anforderung zur Nutzung der erneuerbaren Energien die Summe muss über 1 liegen ich liege jetzt bei 3,8 also ich habe eine sehr große Übererfüllung jetzt könnte ich an der Stelle für die weiteren Varianten die ich hier auch noch habe also die Variante die nächste ist ja die Luftwasser Wärmepumpe plus Unterschreitung der Anforderungen an die Hülle den Nachweis kann ich mir jetzt quasi schon schenken weil ich alleine über die Gebäudehülle die könnte ich also schon damit sagen ich weiß dass hier auch ein grüner Haken sein wird und genauso weiß ich beim Holzpellet Kessel dass da ein Haken sein wird weil alleine die Anforderungen aus Energieeinsparung schon übererfüllt werden nichts destotrotz müssen sie diesen Nutzungsgrad berechnen weil sie den auch angeben müssen im Rahmen des Energie Ausweises hier unten sehen sie es da an der Stelle taucht das auf also die Angabe müssen sie machen sie müssen es berechnen wie hoch ihre Übererfüllung ist um hier die Zahlen eintragen zu können wie gesagt das ist jetzt eine Handrechnung Berechnung nach Dämmwerk oder mit Dämmwerk oder anderen Software Programmen aber Dämmwerk ist das was wir ihnen empfehlen weil es auch kostenlos für sie ist da kommt die Berechnung automatisch wird automatisch durchgeführt so das sind die Nachweise die ich führen muss nach Gebäude Energie Gesetz Gucken wir uns das nochmal an haben wir das alles gemacht das muss man im Bericht natürlich dann auch entsprechend zusammenstellen gehen wir nochmal ganz nach oben so das ist im Kapitel E war das so hier sind die Anforderungen nochmal alle aufgelistet die sie explizit durchführen müssen jetzt gucken wir mal ob wir alles gemacht haben wir haben den Nachweis geführt Jahres Primärenergiebedarf war eingehalten wir haben den Nachweis geführt spezifischer Transmissionsverlust HT' war eingehalten Mindestwärmeschutz hatten wir eh schon überprüft die Wärmebrücken hatten wir nachgewiesen wir haben Luftdichtheit und Mindestluftwechsel nachgewiesen sommerlicher Wärmeschutz war auch schon Thema und letzter Nachweis den wir heute geführt haben Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs das heißt wir haben jetzt alle Anforderungen nachgewiesen nach Gebäudeenergie Gesetz und das sind die bauordnungsrechtlichen Anforderungen die müssen wir also nachweisen und das hat für unser Beispielgebäude auch in allen Varianten gut funktioniert das was nicht funktioniert hat war der Nachweis eines Effizienzhauses bei der Gebäudehülle hat es nicht ganz gepasst und bei zwei Anlagenvarianten die wir untersucht hatten hat das auch gar nicht gepasst also Gasbrennwert Solarthermie Lüftungsanlage hat nicht funktioniert Luftwasserwärmepumpe mit Fensterlüftung hat nicht funktioniert Holzpelletkessel mit solarer Trinkwasserbereitung das hat deutlich funktioniert wir müssten also jetzt nochmal in die Optimierungsrunde reingehen und dann letzten Endes den Primärenergiebedarf reduzieren weiter reduzieren und das ist dann auch Teil ihrer Aufgabe im Bauprojekt